Wir Azubis der Metzgerei Robert Müller stellen euch heute den Ausbildungsberuf des Industriekaufmanns vor. Hallo, ich bin Maren. Ich bin Auszubildender im zweiten Lehrjahr zum Industriekaufmann. Ich habe bereits mein einjähriges Fachoberschulpraktikum hier absolviert und habe anschließend die Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen. Hallo, mein Name ist Anna. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin im zweiten Lehrjahr und mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau. Und was mir hier besonders gefällt, ist die Tatsache, dass wir als Auszubildenden sehr viel Verantwortung bekommen und dass die Arbeit einfach sehr viel Spaß macht. Hi, ich bin der Romio. Ich bin 21 Jahre alt und mache derzeit meine Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Metzgerei Robert Müller. In den letzten zwei Jahren konnte ich bereits einige Erteilungen durchlaufen, was ich sehr spannend und auch sehr gut fand, weil ich dadurch einen guten Blick über meine Firma gewinnen konnte. Um ein paar Beispiele zu nennen. Das Arbeiten und Bedienen der Zentrale. Des Weiteren erhalten wir Auszubildenden einen vierwöchigen Einblick in unsere Produktion, von wo aus unsere Produkte hergestellt werden. Das Buchen von Rechnungen in der Finanzbefaltung. Das Aufnehmen von Bestellungen. Zudem treffen wir Auszubildenden uns einmal wöchentlich, um die wichtigsten Informationen miteinander auszutauschen. Was uns Auszubildenden besonders gut an unserem Ausbildungsbetrieb gefällt, ist die familiäre Atmosphäre und das Arbeitsklima. Man merkt direkt, dass man als Auszubildender nicht nur eine Nummer ist, sondern als Individuum so wahrgenommen wird, dass man sich direkt wohlfühlt. Das Miteinander steht in der Metzgerei Robert Müller definitiv im Vordergrund. Dann bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Nicht einer von vielen sein. Werde Teil unseres Teams. 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 Vielen Dank.